Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, bester Emittent, ausgezeichnet bei den Zertifikate Awards 2023. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Indizes steigen weiter an. Doch es gibt neben dem DAX auch noch mehr Bewegung im Markt. Gold steigt an, steht kurz vor der Marke von 2050, 2070. Würde hier der Breakout gelingen, würde der Goldchart einen starken Kaufimpuls bekommen. Experten gehen dann von 2800 bis 3000 Dollar pro Feinunze aus. Eine andere Bewegung ist im US-Dollar zu sehen. Der Dollar fällt und der Euro steigt. Das könnte mit den Zinsen zusammenhängen. Die fünfjährigen US-Treasuries fallen weiter. Und damit reduziert sich die inverse Zinskurve. Das heißt, dass nämlich die kurzlaufenden Zinsen bald wieder unter den langlaufenden Renditen liegen werden, was ganz normal wäre. Ob dann die vorhergesagte Rezession kommt, wie es historisch immer so war, wenn nach dem Umdrehen der inversen Zinskurve, unklar. Derzeit haben wir lediglich ein abgeschwächtes Wachstum in der Wirtschaft, keine Rezession. Der Markt preist aber jetzt schon wieder Zinssenkungen im Q1 2024 ein. Auslöser war ein Kommentar eines US-Notenbankers. Dieser hatte, frei übersetzt, gesagt, dass bei einer sich abschwächenden Inflation die Zinsen nicht mehr so hoch bleiben müssen. Wir werden sehen. Der Aktienmarkt ist stabil mit der Tendenz nach oben. Aktuell versucht der DAX, seine Widerstände aus dem Sommer zu überwinden. Würde das gelingen, wäre sogar ein Allzeithoch wieder ein Thema. Trader erwarten aber eine Konsolidierung, zumindest um ein paar Prozentpunkte. Unter 4.520 im S&P 500 würde sich die Abwärtsstrecke beschleunigen. Es bleibt aber trotzdem bei der Aussage vom Montag. Der DAX ist weiterhin deutlich überkauft, sendet aber noch keine Signale, die eine Konsolidierung ankündigen. Schlusskurse oberhalb von 16.000 bleiben bullig. So ist es auch heute. Die Hochs aus dem August werden aktuell überwunden. Und in diese Stärke hinein kaufe ich einen Discount-Put auf den DAX. Die WKN lautet Paula Cäsar 0, Kaufmann 3, Richard. Das Papier läuft jetzt bis Juli nächsten Jahres. Genug Zeit, dass der DAX sich auspendeln kann. Denn der Floor liegt bei 17.000 Punkten. Bis dahin werden 5 Euro ausbezahlt. Das sind 60 Prozent mehr, als der Schein heute kostet. Aktuell notiert das Papier bei 2,98 Euro. Dabei steht der DAX bei 16.150 Punkten. Und das Papier ist 6,6 Prozent im Minus. Das bedeutet, dass das Papier sich mit einem sechsfachen Hebel bewegt. Wie der DAX. Das Papier hat aber keine K.O.-Schwelle. Man kann also längere Strecken damit spielen oder auch aussitzen. Die genauen Bedingungen könnt ihr bei der BNP Paribas nachlesen. Ich stelle euch den Link und die WKN in die Show Notes. Auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse hat gestern die Deutsche Rohstoff sich präsentiert. Ein kleiner Player im amerikanischen Öl-Business, aber trotzdem sehr erfolgreich. Unlängst wurden die Produktionsziele für das Ölfeld in Wyoming deutlich angehoben. Pro Förderstätte werden nun 500.000 Barrel erwartet. Das sind 75.000 mehr als bisher prognostiziert. Das Unternehmen hat insgesamt 32 Förderstätten in dem Abbaugebiet. Die Deutsche Rohstoff hat vor vielen Jahren umfangreich Flächen gekauft und hat dank eines stabilen Cashflows und frischem Geld aus einer Anleihenemission investiert. Ein Bohrloch kann schnell mal ein paar Millionen Euro kosten oder Dollar. Das eigentliche Bohren dauert nur wenige Wochen. Dafür liegen dann die Erfolgsaussichten bei nahezu 100 Prozent. Während man in der Nordsee vielleicht in 80 Prozent der Fälle einen Fehlschlag hat, sind die aktuellen Ölfelder in den USA ein Hauptgewinn. Dort sind fast 100 Prozent Erfolg garantiert. Die Deutsche Rohstoff hat in diesem Jahr 175 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Expansion zu beschleunigen. Die Finanzierung der Projekte ist dabei abgesichert. Der operative Cashflow wird im laufenden Jahr bei 140 Millionen Euro landen. Der Verkauf von Aktivitäten in Utah brachte zudem gut 44 Millionen Euro ein. Und die Deutsche Rohstoff bringt nun mehr Kontinuität ins Geschäft. Der Öl- und Gasanteil beträgt 90 Prozent. Andere Rohstoffe wurden zuletzt herunter priorisiert. Die Nettoverschuldung beträgt nur 80 Millionen Euro. Im nächsten Jahr soll ein Betriebsergebnis von mindestens 130 Millionen erreicht werden. Bei einem Ölpreis von 85 Dollar sogar bis zu 165 Millionen Euro. Die Investitionen werden sich also zeitnah auszahlen und der freie Cashflow deutlich zunehmen. Kursziele von 40 Euro werden hier aufgerufen. Das KGV beträgt ungefähr drei, einen der günstigsten Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Soweit für heute. Bis Freitag. 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 Vielen Dank.